Okay, ich denke jetzt kommt der pure Ernst, my friends. Wir machen erstmal die zwei Jumbo-Selternen-Spielersets auf, beziehungsweise alles macht Sarah auf. Wir wissen hier, let's go, Digga, da kommt jetzt Macht. Und dann, ich darf mir aber nicht zu viel erwarten, weil das macht alles kaputt, wenn man sich dann erwartet, dass es immer passiert, ne? Ich will auch machen. Sie hat aber auch irgendwie recht, ich rede immer so viel, ne? Okay, hier sind deine... Hier, hier... So, also... So Leute, ich starte jetzt mit dem Jumbo-Selternen-Spieler-Flecht, ja? Und weiter? Nichts stehen bleiben. Okay, okay, ich schaue jedes Mal erst hin, nachdem diese Animation fertig ist, damit ich nicht sehe, ob es ein Walkout ist oder nicht, weil es spannender. Hast du schon das Erste? Ja. Okay, soll ich schon noch nicht hin? Jetzt schaue ich hin. So, hui, schon mal ein Bildschirm. Stürmer... 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 Balotelli! Not bad, komm. Not... Das war nur zum Aufwärmen. Ja, das war zum Aufwärmen, okay, gut, dann bist du hoffentlich jetzt aufgewärmt. Sie nutzt einfach ein Jumbo-Selternes-Spieler-Set zum Aufwärmen. Easy. Ja, wenn du ready bist, bin ich's auch. Weniger reden, mehr machen, oder? Genau. Okay, ich schaue wieder nicht hin. So, jetzt. Zack! Bildschirm, das schon mal heißt, Deutschland-Innenverteidiger... Was sind das für Packs? Was? Taa? 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 Sag ja zu Taa! Sag ja zu Taa! Sie macht noch Witze. Sie macht noch Witze. Überall. Ja, zumindest meinen Kollegen hier. Grüße gehen raus an Timo. Hättet ihr Glück. Nächstes Mal gibt's die Revanche. An Elfer habe ich ihn zumindest reingemacht. Okay. Let's go, Digger. I'm ready for the ultimative Pack. Ich war eigentlich mal noch mit der Ansprache fertig. So, ich schaue nicht hin. Und jetzt schaue ich hin. So, jetzt besser, spannender. Dann wissen wir nicht hier, Walkout oder kein Walkout. Und es ist... Oh mein Gott, was für ein schlechtes Pack. Ah, jetzt haben wir noch zwei Premium Team der Woche Setzt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Jetzt wird's spannend, my friends. Jetzt wird's spannend. Du kannst ja aussuchen, welches von den beiden du auch machen möchtest. Bin mal gespannt. Geht schon? Okay. So, ich habe nicht geschaut. Deutschland, ZDM. Einmal geht noch. Ein einziges Pack ist noch da. Und das rettet alles. Das ist, wer es glaubt. Du musst das in der Hand halten. Nicht hier einfach so. Das ist ja kein Tischpack. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Du musst in der Hand halten. Ich halte. Ja. So willst du es sehen. Okay. Okay. Please. Ich schau nicht hin. Oder nein. Nein. Was ist denn das ernst? Oh mein Gott. Das ist echt bitter. Ja, immerhin Bellarabi. Der ist etwa 30k wert. Das ist ja immerhin. Was haben wir heute gezogen? Ah, das sind unsere besten Spieler von heute. Aus zwei Jumbo-Seltenen-Spieler-Sets, aus einem ultimativen Set und zwei Premium-Team-der-Woche-Sets. Das hier ist unser Resultat. Das Ding ist jetzt, das Ding ist, wisst ihr, bei mir, so, okay, klar, klar bin ich einen Tick traurig, so, aber ich habe ja schon ein gutes Team und ich hatte ja schon des Todes Packlack mit Sarah Packs, okay, so. Jetzt ist es einmal so, für mich ist das jetzt halb so schlimm, okay, aber nehmen wir das mal bitte so her. Ich hatte gerade zwei Premium-Team-der-Woche-Sets. Es gibt so viele Spieler, die feiern das extrem und die sind so stolz darauf und das können sie auch, wenn sie Elite schaffen, einmal Elite oder sagen wir mal zweites oder drittes Mal Elite und man bekommt ein Premium-Team-der-Woche-Set. Und aus diesem Premium-Team-der-Woche-Sets, was sich die Spieler erarbeiten, weil sie vielleicht nicht so ein starkes Team haben und sie wollen sich ein Team aufbauen, bekommen sie so etwas. Und das ist das wahrlich Schlimme, was mich ein bisschen reizt, wo ich mir denke, im Verhältnis wird das niemals belohnt, dass man sich hinsetzt und sein ganzes Wochenende Weekend League zockt, um geile Packs zu bekommen und dann sowas zu bekommen. Ja, das fuckt mich mehr für die anderen Leute ab und nicht für mich selber, weil ich hatte sowieso schon genug Packler. Ich hoffe, ihr versteht das, weil das ist echt, die Leute tun mir echt dann leid. Die Leute tun mir richtig leid, die dann solche Packs bekommen hier. Das waren zwei Jumbo-Selterne-Spieler-Sets, ein ultimatives Set und zwei Premium-Team-der-Woche-Sets. Ich meine, sind Sie schürtet? Mit mir? Sie macht das einmal einen Witz. Ich mache hier so einen Real-Talk. Und sie macht das einmal einen Witz. Ich mit Humor. Ja. Mieser ist wie ein Vegeter. Er gibt überall deinen Senf dazu. Wie ein Bosnien-Vegeter. Wird auch für alles verwendet. Bin ich jetzt Vegeter oder Senf? Ja, du weißt schon, wie ich es meine. Vegeter natürlich. Senf gibt man ja nicht überall dazu. Okay. Du bist ein Vegeter, Alter. Oh, der Scheiß. Ich bin wie Vegeter und gebe meinen Senf dazu. Was für eine Kombination. Ach, du Kacke.